hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video mit eurem lieben xarok und der lieben xialin es ist unglaublich hell die sonne scheint der boden ist knallweiß wir sehen euch nicht ja wir sehen uns nicht und ihr uns seht genau der müsste eigentlich passen und ja die hunde spielen leo du sauber zieht genau wir sind gerade spazieren heute gibt es besuch deswegen ist viel los und ich war gerade einkaufen du kommst von der arbeit durftest heute ein bisschen früher gehen ich durfte das habe ich einfach gemacht macht das einfach genau das ist ein privileg und jetzt holen wir dann gleich den besuch ab jetzt holen wir gleich den besuch ab freu 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 so dann gehen wir mal nach der helse let's go das meine lieben freunde ein hotspot für hunde viel kaka viel pipi weil hier sonst nirgendwo was ist wo man dran pinkeln kann also pinkelt man hier dran stimmt leo stimmt das was ist mit dem ding aber schon hallo gesagt genau sag mal hallo zu dem grashalm genau das ist eine gute taktik schau mal leo hier raus damit den nächsten hier jawoll und den ja hier rinder auf geht's und noch eins danach ist er tot die haben wir viel spass so meine Freunde, wir sind zu Hause und Xenia ist heute mit dabei und zwar schauen wir uns wieder ein lustiges, süßes, putziges futzki-watzki-Tierchen an ja, ich fand die immer so lustig, ich will mal mitgucken ja, die sind schon cool, gell vor allem sind das Sachen, die man so meistens noch nicht gesehen hat ja, ich kenne, wobei von dem gestern, glaube ich, kannte ich ein paar aber die sind lustig alle ja, die sind echt super und das schauen wir uns jetzt an ja, Lutzke eine Katze was macht die da? was tut die da? der macht an der Beatbox die zuckt dabei, oder? hä? oh ach, das ist ein Glastisch schicker Glastisch ja okay, toll, wie gießt es aus? die haben es schon gerochen ey, die Katzen die haben immer ja, gut wieso macht der das mit? gute Frage okay ach so, der steht oben drauf wie gemein einfach so dartscht ist das die Mutter oder der Vater? Katzen sind so fies die sind so frech hier oh mein Gott schau mal, wie er tänzt oh mein Gott, ist das süß Haltungsnote 1 ach, du scheiße ach, das ist ein Affe ach, das ist ein Affe das ist ein Affe haha, der zäckte den Arsch ganz nicht mal gehören die zusammen oder ist das unabhängig voneinander? ich glaube unabhängig den zum Beispiel kenne ich schon der liegt ja richtig flach das ist ein Kogi-Welper ich glaube schon aufgeräumt sehr gut das ist das praktische kleinen Katzen die räumen sich immer selber auf oh, wie die Amy oh mein Gott okay, das nicht das macht die Amy gut oh mein Gott das kleine Hund im Großen das ist vor allem ganz in der Ecke fragt sich, wer hat sich zuerst das Körbchen ausgesucht das ist süß das könnte irgendwie auch die Amy sein das würde ich auch zutrauen Leo, willst du mitgucken? hey, was das ist eine Raupe das ist eine Raupe da gucken wir zu Leo jetzt habe ich nicht gesehen, was passiert die Raupe hat ihn angegriffen lol okay es ist ganz drin voll ätzend für die Fische voll abgekackt und dann geht sie ab yeah, ich bin leichter okay Leo, du lenkst mich ab aha mir fällt gerade auf, dass ich eben nichts höre ja, wieso höre ich eigentlich nichts? ist da ein Ton? ja komisch oh lass mich in Ruhe mit deinen Stinkefüßen au au okay oh süß ich will auch rein oh, Hamster süß hä, was ist das überhaupt? flop kommt da wahrscheinlich nie mehr raus das macht die trinken ja scheinbar aber was eine Ladung Wasser mit so riesen Bratschen oh, der putzt so einwillig lol ja, wir haben jetzt einen Roboter stimmt aber ein putzender Hund ist viel süßer oh, ich dachte im ersten Moment das ist voll traurig oh mein Gott mein Teddy ist da drin gestern noch im Bett und jetzt ein UFO wo läuft es hin? die armen Katzen ach, du Scheiße ja, was ist das? das sind Erdnüsse das ist so heftig oh, ist das ein Chouchou ja, okay hä? hä, ist das Fleisch? ja der ist ja nicht ganz helle nee oh, Leguan oh, schick oh frohe Weihnachten ja, vor dem ist der Weihnachtsbaum natürlich nicht sicher mit, dass der unecht ist das ist ein bisschen zu klein ach, Bulldogs sind so süß so süß wake me when it's Christmas das könnte ein Opa sein oder so das ist eine Schlange ja mit Kröten drauf äh hättest du nicht letztens auch schon eine Kröte die auf einer Schlange vielleicht machen das Kröten oft so, wandern vielleicht das ist praktisch das stimmt Frettchen und eine Katze ja, genau oh, Faultier guck mal das sieht aus wie du nach dem Essen ja, das stimmt das hat alles sympathisch das stimmt ich esse ja auch immer kopfüber ja, das nicht oh, da hat jemand seine 5 Minuten ja, das ist egal egal, weiter weiter du schaffst das der macht Glimmzügel schieb an helf ihm helf ihm ja, wie denn? die beide sieht voll komisch aus oh, Westi oh, du Scheiße oh, da würde ich auch wahnsinnig werden ja ist das eine Katze? ist die Rolle? wie fett, aber wie schnell die war Leo und Amy der Weiße ist die Amy und der Schwarze der Leo ich bin gespannt nix, okay oh, Dackel Rex, Rex move Rex, Rex achso, hast du gesehen? das Tor ging runter ja, ganz toll Wahnsinn was ist das? ach, das ist so so ein Rot mit Nutella drin oder so was macht der denn da? ich glaub, der hält jemand was hier oben das kann sein der kann das besser als ich ja der hält sich aber auch mit den vorderpfoten fest. das stimmt. da wird eine runterfallen. geh weg meine spritsche. okay natürlich. das ist aber in polen oder? ich bin müde aber ich habe hunger. das ist eine massagebürste. ja das sieht so aus. wäre das was für die amy? ist das ihr spielzeug? ich habe sowas noch nie gesehen und jetzt zweimal in dem video. das könntest du sein. gute taktik. komisches verhalten für den menschen. ich gehe mal lieber weg. ist wahrscheinlich besser als weg laufen. ich liebe solche videos. ich hasse es wenn ich warten muss was passiert. hä? keine ahnung. das ist eine scheibe oder? nice. lustig. ich finde die videos auch so lustig wie ich. ich finde die voll lustig. mir fällt gerade was ein. im gestrigen video sollte eigentlich kommen wie viel das fell von der amy wiegt. stimmt. ja das habe ich jetzt noch nicht gemacht. für die leute die es geschrieben haben es hat kein gramm gewogen. also einfach null. damit ihr einfach wisst wie das ergebnis ist. also ein halbes oder so. ja ein halbes oder so. ganz 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 knapp. also wenn man so ganz leicht dagegen tippt dann geht es auf ein gramm und dann dauert es kurz und dann ist es wieder auf null. also es sind scheinbar irgendwie keine ahnung. ganz wenig auf jeden fall. nicht viel. hätte ich selber nicht gedacht. ich hätte gedacht ein gramm. aber gut. so. na gut. liebe leute. vielen dank fürs zuschauen. wir hoffen ihr seid euch gefallen. wir sehen uns morgen. peace.